Musik Vorsitzende des Front National kann zur Präsidentenwahl antreten. Marine Le Pen hat nötige Unterschriften zusammen und erhält Wahlzulassung. Die Vorsitzende des rechtsgerichteten Front National, Marine Le Pen, kann bei der französischen Präsidentenwahl antreten. Sie hat nach eigenen Angaben nun doch noch die nötigen 500 Unterstützungsunterschriften erhalten. Bis vor ein paar Tagen sah es so aus, als wenn zur Präsidentenwahl lediglich zwei aussichtsreiche Kandidaten, Amtsinhaber Nicolas Sarkozy und der Sozialist François Hollande, zur Auswahl stehen würden. Die ebenfalls sehr aussichtsreiche Kandidatin aus dem rechten Lager sollte mit der scheinbar unüberwindbaren Hürde der 500 Unterschriften von der Kandidatur ausgeschlossen werden. Die notwendigen Unterschriften konnte nicht jeder leisten, sondern nur Bürgermeister und hochrangige Amtsträger. Diese als Wahlpaten bezeichneten Unterstützer werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Bis zuletzt wurde angezweifelt, dass es genügend Bürgermeister und Amtsträger wagen würden, die rechte Kandidatin zu unterstützen. Die Tochter des Gründers des Front National kämpfte darum dafür, dass die Wahlpaten auch anonym für Kandidaten eintreten dürfen. Der Verfassungsrat in Paris lehnte diese Forderung jedoch ab, woraufhin die Anhänger von Sarkozy und Hollande bereits triumphierten. Der amtierende Präsident Nicolas Sarkozy machte sich bereits Hoffnungen, dass die vielen Anhänger Le Pens nun für ihn stimmen würden, wenn er kurz vor der Wahl ein paar rechte Thesen von sich gibt. Unter anderem buhlte Sarkozy mit antieuropäischen Forderungen um die rechten Wähler. So stellte er einen vorübergehenden Ausstieg aus dem sogenannten Schengen-Abkommen in Aussicht, wenn es in den nächsten zwölf Monaten keine deutlichen Fortschritte bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung gebe. Und als Krönung sagte er, in Frankreich gibt es zu viele Ausländer. Im Falle seiner Wiederwahl wolle er die Einwanderungszahlen halbieren und die Sozialleistungen für Migranten einschränken. Doch all diese Wahlkampfmanöver waren nun umsonst. Dass Le Pen nun die benötigten Unterstützer zusammenbekommen hat, ist daher ein herber Schlag für den amtierenden Präsidenten Nicolas Sarkozy. Die Anhänger Le Pens werden nun nicht die rechte Kopie wählen, sondern das Original. Le Pen will unter anderem aus dem Euro austreten und den Fonds wieder einführen, sowie die europäischen Verträge zugunsten ihres Volkes neu verhandeln. Bei Umfragen im letzten Jahr erreichte die rechte Kandidatin über 20% Zustimmung, lag teilweise sogar an erster Stelle und ließ den amtierenden Präsidenten hinter sich. Da ihr Wahlantritt wegen der Unterschriftenhürde in den letzten Tagen und Wochen als unwahrscheinlich galt, resignierten viele rechte Wähler, woraufhin Marine Le Pen in Umfragen auf 17% abrutschte. Da sie nun doch noch den Wahlantritt geschafft hat, dürften ihre Zustimmungswerte wohl wieder stark ansteigen. Der erste Wahlgang findet am 22. April statt. Die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen kommen in die Stichwahl, welche im Mai stattfindet.